Mit dieser einfachen Methode könnt ihr euch sehr schnell im Meditieren verbessern. Eines der wesentlichen Aspekte im Meditieren ist das Crosshair Placement, welches übersetzt Fadenkreuzplatzierung heißt. Und das Crosshair Placement ist im Meditieren darauf bezogen, dass ihr bei einem Edit so wenig wie möglich euer Fadenkreuz bewegt. Der Vorteil dadurch ist, dass ihr viel weniger Zeit braucht, die Fläche des Edits zu markieren und somit eure Edits viel schneller werden. Und das Ganze könnt ihr sehr gut auf der Crosshair Placement-App von Xenic16 trainieren. Seid ihr auf der Map eingelangt, geht ihr einmal auf den Bereich Crosshair Placement Edit Courses. Könnt ihr euch dann einmal zwischen den schweren und einfachen Parkour entscheiden. Und nun müsst ihr eure Edits immer nach den Symbolen, die euch angezeigt werden, machen. Denn diese Symbole zeigen das bestmögliche Crosshair Placement an.